Ganz wichtig vor der ersten Verwendung ist, dass man diesen Schutzring hier abnimmt, weil sonst kann die Waage nicht wiegen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das kann ich auch direkt zeigen, wie es weitergeht. Hier ist der Ein- und Ausschalter. Man begrüßt dann die Waage. Die Waage stellt sich auf 0, dann ist hier ein kleines Gewicht, ein 10 Gramm Gewicht. Man sieht, das hat minimal mehr als 10 Gramm, aber damit kann man sehen, ob die Waage nun mal wiegt oder nicht. Dann ist dabei noch das Micro-USB-Ladekabel, eine kleine Schlüsselplättchen, worauf man irgendwas Kleines legen kann, eine Pinzette, womit man das greifen kann. Und da war noch ein etwas größeres Plastikteil mit dabei, das habe ich aber gleich entsorgt. Damit kann ich nichts anfangen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.